Hier haben wir unseren Weihnachtsbaum, das ist der dritte Advent. Hier rüben sitzt die Gästmanagerin, da kann man sich die Spezialitäten-Restaurants buchen. Man kann sich einen Mietwagen buchen, Transfer. Hier ist gerade ein großes Event, hatten wir auch schon welche hier, wo man einen Kongress hier buchen kann. Kann man hier schön aufbauen, heute ist Abbreise. Hier ist die Gepäckabgabe, kann man es dann noch, wenn man es Zimmermittag räumen muss, kann man es bis Abend stehen lassen und hier ist der Haupteingang.